Ich denke, Black Friday kennen mittlerweile alle. Zurückzuführen auf die Situation in den USA in den 20er Jahren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, hat man dann sich vor Jahren überlegt, so ein Black Friday zu machen. Und das Ganze ist ja seit einigen Jahren jetzt auch in Deutschland sehr stark verbreitet. Es gab immer wieder rechtliche Namensstreite darüber, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Weil beim Deutschen Marken- und Patentamt kann man eine Wort- oder auch eine Bildmarke eintragen. Und dort war jahrelang hinterlegt die Black Friday als Wortmarke. Und die durfte nicht benutzt werden. So hieß es dann nämlich zum Beispiel hier Cyber Monday oder wie hat Amazon das noch genannt? Da gab es verschiedene Cyber Week-Bezeichnungen einfach dafür, anstatt Black Friday, weil es strittig war, ob es benutzt werden durfte. Denn das Ganze oder diese Marke in Deutschland, die Markeninhaberin, war eine Dame, eine Geschäftspartnerin hier aus China. Und sie hatte jetzt in letzter Instanz noch versucht, vor dem Bundesgerichtshof in Deutschland eine Revision zu erwirken. Da hat das Gericht aber gesagt, nö, das haben wir zurückgewiesen, das machen wir nicht mit. Und dementsprechend ist das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, diese Marke Black Friday komplett aus dem Register zu löschen, sodass jeder wiederum das Ganze frei benutzen darf. Beispielsweise auch blackfriday.de, ein Portal, wo man dann zahlreiche von diesen Angeboten finden kann. Und die sind natürlich glücklich darüber, dass jetzt nach, haltet euch fest, sechs Jahren Rechtsstreit endlich das Ganze geklärt ist und sie diesen Namen frei verwenden dürfen, wie alle anderen auch. Und das finde ich persönlich ehrlich gesagt sehr gut, weil sich so einen Begriff schützen zu lassen, das ist schon eine ganz, ganz heftige Nummer, wie ich persönlich finde. Denn das ist ein starker Suchbegriff und alles drum und dran. Aber ist es nicht verrückt, Leute, sechs Jahre lang für so einen Quatsch, so einen Gerichtsprozess? Und interessant dabei ist ja auch, dass es hier im letzten Absatz dann noch heißt, es ist hier der Herr Gall von blackfriday.de, der hat nämlich jetzt noch vor, die Kosten für das Verfahren, Abmahnungen und andere Maßnahmen zu erstreiten in einem Revisionsverfahren. So, und jetzt heißt es aber hier, mit Firmensitz in Hongkong wird die Durchsetzung der Kostenansprüche, aber auch nach einem positiven Urteil wohl schwierig. Aber auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, als Hongkonger Firma, die Dame hat es ja hier in Deutschland gemacht, sechs Jahre lang zu klagen. Wenn es aber darum geht, Geld zurückzubekommen von einem ausländischen Unternehmen, wie kann denn das zusammenhängen? Klar, Rechtssicherheit und Vollstreckung sind natürlich zwei Paar Schuhe. Nichtsdestotrotz, da sollte man sich mal überlegen, was hier die Priorität hat. Schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Habt ihr beim Black Friday speziell auch schon mal was gekauft? Oder sagt ihr, nö, ist nur purer Commerz, bruch man nicht? Das kann weg. Bis zum nächsten und ciao.